Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown. Ich war mit der Tina und dem Daniel auf der mittleren Map unterwegs und die Runde ist gestern im Stream entstanden und ich habe leider heute nicht allzu viel Zeit zum Schneiden. Wir haben es jetzt nach dem Community Mittwoch, was übrigens großartig war. Es ist sensationell mit euch allen zu spielen. Wenn ihr Bock habt mal mit mir zu spielen, jeden Mittwochabend ab 20 Uhr auf Twitch einfach besuchen. Dann mit Punkten könnt ihr einlösen. Kostet auch nur 1000 Punkte. Das ist schnell verdient auf Twitch. Und dann könnt ihr mitspielen, wenn ihr Bock habt. Ja, deswegen habe ich nicht allzu lange Zeit. Deswegen ist die Runde auch nicht so ewig, aber es war eine sehr, sehr geile Runde, wie ich fand, die unbedingt nochmal gezeigt werden musste. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wird mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Hört rein. Viel Spaß. Gehen wir direkt los und durch. Tina, mach mal einen Mantel zu. Ist ja fürchterlich. Guck da nicht so hin. Entschuldige. Das ist wie ein Autounfall. Da muss man hängucken. Ja. Mann, der alte... Oh nein, entschuldige. Boss. Ja, er läuft... Ja. Daniel, wo läufst du denn hin? Der hat wieder nicht zugehört. Nee. Wo lauf ich hin? Alter, ich sag, lauf mir los und durch. Ach so. Ja, ich hab doch alles richtig gemacht. Durchfahren. Na, seid ihr noch nicht da? Also einmal Glück gehabt im Leben. Seid ihr noch nicht da? Was ist los? Komm, schneiden wir nicht los. Ja, ich war in Gedanken gewesen. Deswegen habe ich das überhaupt nicht gefeilt. Ja, ich war in Gedanken gewesen. Deswegen habe ich das überhaupt nicht gefeilt. Dem haben wir es gezeigt. Oh, hier ist noch so ein Kacki. Demo oder was? Ja. Oh nein, da kommt ein Zombie mit einem Beil. Komm mal erstmal die Kacki hier weg. Wart mal kurz, bevor ich die Verpanne. Ja, noch nicht verbanen, bitte. Jetzt? Nee. Ah, jetzt. Oh, Mann. Ich trappe hier? Ja. Bei mir ist der Server auch kacke, ne? Hier habe ich Mikro-Rugler, wie Sau. Auch gerade wieder gehabt, ein bisschen. Oh, wie gerne würde ich, wie gerne würde ich. Schnell ist er weg. Du alte Ratte. Was ist denn das hier? Säcke vor den Türen oder was? Wir haben noch einen Boss, bleibt mal hier hinten sitzen. Sollten sie eigentlich mal rankommen, haben wir denn einen Ausgang? Naja, bei Goddard. Jo. Und Goldener. Ich habe noch nichts gehört, ne? Ich auch nicht. Jetzt kommen sie, ich habe es gerade in dem Moment gehört, wo ich es gesagt habe. Oh ja. Einfach mal kackfrech hier sitzen. Einen habe ich, den anderen sehe ich gerade nicht wegen dem Rauch. Sollst du was da wegrennen oder so? Ne, aber die sind noch hier hinter. Wartet, ist U low? Vorne, ja. Einer noch hier hinten. Hab ihn. Noch einer. Pass auf, Daniel! Nein, nicht! Oh. Oh, ich habe das nicht gesehen, dass du dahin gerannt bist. Das passiert. Vor mir irgendwo? Dahinter ist er. Man. Angehittet. 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 hat der jemand munition für mich ich habe geier habt ihr auch hier ist munition ja 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 ich habe auch geier ja dann würde ich den jetzt hier alles frei hier der hat eine colt will mit slack wenn jemand möchte nee danke wo waren die anderen beiden noch mal hier ist einer der hat eine uppercut die uppercut würde ich sogar nehmen ich höre auch ein imo gegner kommen aufs süden habe ich den jetzt gelootet ich weiß es nicht flash maya du musst die füße weg legen so muss andere richtung auch rein hier rein es tut mir wahnsinnig leid liebe katze das ist ein team also drei mann ich glaube die haben sich gesplittert noch mal wo also einer war im norden und die anderen beiden vor der tür schon so ja das ist schon ganz close hier jetzt habe ich die uppercut zum fächern nein ich sollte vielleicht mal nachladen ja der uppercut wollte nicht schießen doch noch zwei teams und tina hinterm zug drei alle ja alle schade schade ja die richtung und weiter die richtung ähm nordosten einer close hier ich kann nie kein ich kann dir tot sein ich leb noch ja ich es sind nur da hinten drei leute natürlich auch vier gewesen sein aber ich habe nur drei punkte gesehen ja sein dass 22 oder irgendwas genau auf 345 da liegt wollen die denn hier ja was machen die denn da habe ich eingesehen wir sollten uns ein stück zurückziehen die wollen von uns müssen denn die beide nicht bringen klar sieht er mich da ich sehe ihn nicht weiß dass sie rankommen ich bin komplett ja wir können auch einfach goldener laufen mit sei dass die kommen warte mal die steps hier bin ich sicher ja 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 ganz groß gut er stand da schon da schon habe ich ihn habe ich den habe ich den anderen nicht ne krass dass der das überlebt hat dann ihr bleibt defensiv kannst du mal gucken dann ja wo die sind dann kann ich habe nur noch vier schuss jetzt ist rechts auf 30 jetzt ist hier ein zombie warte ruhe bitte ich stehe hinter der ecke ja ich muss mich eigentlich hochheilen schnell mach mal ich habe einen einer oh mann und ja das war es das war es ohr ärgert mich das gerade weil der wixer daran gelangt laufen kommt sicher ich habe ja eine so was ärgert mich weiß ich eben ab ich weiß genau der läuft bei gleich in die scheiße rein dann kommt so ein zombie ums eck und ich muss abbrechen dann welcher geschossen ja das passiert mir auch oft da kannst du halt nix machen das ist halt ärgerlich du bist ein perk geben leichter oder so nein nicht genügend Speicher Festplatte voll oh ich dreh am Rad ups gutes Timing ähm ähm äh Goddard ja nee Shirley vielen Dank nochmal 500 Dollar gelodet oh super ärgerlich jetzt ähm war naja gut sollte ich die Runde hochladen wollen würde ich mir die aus dem Stream dann noch ziehen aber ärgerlich ich habe zwei Teams ausgelöscht war eine sehr sehr krasse Stream Abschlussrunde gestern von uns ähm lustigerweise hätte ich mich fast verschluckt lustigerweise ähm hat noch ein Zuschauer geschrieben immer die Abschlussrunde ist scheiße bei denen ich glaube der Ghost war das ähm und bei uns ist lustigerweise zweimal lustigerweise tut mir leid es ist schon sehr sehr spät ähm sind bei uns die Abschlussrunden immer sensationell das ist ganz komisch ähm mega ärgerlich meine Festplatte ist kaputt gegangen Quatsch was erzähle ich denn für eine Scheiße das tut mir leid es ist schon wirklich sehr sehr spät ähm meine Festplatte der der Platz war voll also die die Aufnahme hat abgebrochen deswegen habt ihr eine Stream Aufnahme ich hoffe das ist okay ähm aber ich fände die Qualität eigentlich ganz okay und ganz gut oh Gott fällt es furchtbar ich glaube ich müsste das Intro neu einsprechen ich glaube ich kann es aber auch lassen ähm ja der liebe Schölli ein Zuschauer von mir der hat mir eine 4 Terabyte Nass Festplatte geschickt ähm die hat er noch rumliegen gehabt die hat er nicht gebraucht ultra danke vielen lieben Dank mal lieber Schölli du bist sensationell hier seht ihr noch im Abschlussscreen ähm da hatte ich mich auch noch mal bedankt ähm da hat er noch geschrieben hier seht ihr das sehr gerne sensationell ähm jetzt muss ich erst wieder den Hintergrund reinmalen ähm ähm sehr krasse Runde für mich ähm da habe ich tatsächlich alle Kills gemacht ein bisschen blöd für Daniel und Tina dass sie da keine Kills gemacht haben schöner wäre es gewesen wenn die zwei auch noch so ein bisschen rasiert hätten ähm das sind dann immer die tollsten Runden aber ich brauchte ja eine schnelle Runde für heute und ähm da ist es für mich immer ein Segen wenn ich keine Kills reinschneiden muss denn ab und zu mal habe ich das dass ich Schwarzbild habe nach dem Schnitt wenn ich ähm zum Beispiel von Marc Kills oder Tina oder so einpflege dann ist das immer ein bisschen problematisch dann kann ich es entweder neu schneiden oder muss den Fehler finden und ähm das ist manchmal schwierig den Fehler zu finden so genug geschwafelt ich muss unbedingt das Video rendern damit ihr heute was zu gucken bekommt ähm bin heute wieder ab 14 Uhr online könnt ihr gucken mit Hanna und höchstwahrscheinlich Daniel ähm ansonsten morgen früh 9.30 Uhr nächstes Video denkt an mein TeamSweek das ist unten verlinkt das hat mir Game.de extra für euch zur Verfügung gestellt könnt ihr jederzeit nutzen könnt auch ähm gerne Game.de mal besuchen gerade wenn ihr selber TeamSweek Mumble Root Server Web Server und so weiter sucht seid ihr an einer super Adresse Holy Energy ist verlinkt ähm mein Partner die ähm sensationell geile Energy Trinks beziehungsweise ähm Pulver herstellen das könnt ihr euch dann selbst mischen da ist so ein Shaker dabei da ist kein Scheiß drin kein Zucker keine irgendwelchen künstlichen Zusatzstoffe ähm mega begeistert wirklich probiert es mal aus echt geil und das sage ich nicht weil ich so ein bisschen was dafür bekomme wenn ihr über meinen Link bestellt sondern wirklich aus Überzeugung ähm unten sind sogar noch zwei Rabattcodes ähm könnt ihr euch dann aussuchen so und jetzt ähm denkt an mein TeamSweek Quatsch denkt an mein ähm Discord und jetzt wünsche ich euch einen ganz ganz tollen Tag und wir sehen uns hoffentlich ab 14 Uhr auf Deutsch oder morgen früh 9.30 Uhr nächstes Video haut rein Ciao 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 Ciao